hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnet mit mir den hero crafter aka max aka aris aka ich bin level 185 leute heute leute ist was richtig krasses reingekommen wieder gratis reaktivierungsrunden aufgaben da kann man wieder diese spitzhacke diesen hängegleiter und diese lackierung kostenlos bekommen sind wieder neue items oder wie auch immer habt ihr vier wochen zeit vier wochen drei tage um diese sache hier freizuschalten relativ einfach ihr müsst den qr-code scannen wenn ihr einen freund habt oder hat ein zweiter account und könnt das relativ schnell machen erklärt sie von selbst reaktiviere ein freund ist quasi so was wenn ein freund schon lange keine spiele mehr gespielt hat also hier vordring gespielt könnt ihr reaktivieren und könnt dann mit ihm runden spielen oder aufgaben oder ep oder wie auch immer und ihr könnt dann diese sachen freischalten kriegt auch die andere person heute ist auch der tag wo cora endlich in den shop kommt also kommt battle pass freigeschaltet wird da kann man endlich die erste und zweite seite freischalten ich bin hype drauf leute und wenn ich mir fehlt noch eine sache dann bin ich mit den kompletten battle pass fertig hier mit bonus belöhnung und normalen battle pass für diese auftragsbelohnung was auch erst in fünf tagen kommen business handy aber leute ist nicht so schlimm ich wollte euch das einfach nur sagen ich wünsche euch noch einen schönen tag lasst gerne like da abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt aktive videoblogs die kämpfe für was schon wie schon das in dem sinne haut darin bis dann und ciao leider